In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man relativ einfach und schnell die gegenseitige Lage von zwei Ebenen in Koordinatenform überprüfen kann. Bevor wir gleich zu dem eigentlichen Thema gehen, gibt es drei einfache Grundlagen, die man für dieses Thema noch in Erinnerung haben sollte. Als erstes, wenn man eine Ebene in die sogenannte Koordinatenform hat oder sich in der Koordinatengleichung befindet wie diese Ebene hier, sollte man wissen, dass die Koeffizienten vor x1, x2 und x3, in diesem Fall dieser 2, 2 und die minus 6, genau die Koordinaten des Normalvektors sind. Und wenn man sich solch eine Ebene als Planskizze vorstellt, zum Beispiel hier rechts die Ebene als Parallogramm dargestellt, dann hat dieser Normalvektor immer eine ganz besondere Lage in Bezug auf die Ebene und zwar es steht orthogonal oder senkrecht drauf. Vor allem bei diesem Themengebiet ist es sehr günstig, wenn man sich eine Ebene auf diese Weise vorstellt. Zweitens die Vielfachheit oder die sogenannte Kolinealität von Vektoren. Also damit ist folgendes gemeint. Zwei Vektoren, die kolinear sind oder vielfacher voneinander sind, sehen wie folgt aus. Und das bedeutet rechnerisch, wenn der eine Vektor zum Beispiel 1, 2, 3 lautet, dann könnte der andere Vektor 2, 4, 6 sein. Es geht darum zu erkennen, dass man, wenn man den ersten Vektor mal 2 zum Beispiel nimmt, genau die Koordinaten des zweiten Vektors herausfindet. Also das bedeutet Vielfachheit oder Kolinealität von Vektoren. Und die letzte Eigenschaft, die noch von Bedeutung ist, ist der Skalarprodukt bzw. ein bestimmter Sonderfall des Skalarprodukts. Und zwar findet es in uns für die Orthogonalität von Vektoren in diesem Fall. Zur Erinnerung, wenn zwei Vektoren aufeinander orthogonal sind oder senkrecht, schließen sie natürlich einen 90-Grad-Winkel ein. Und das kann man mit Hilfe dieses Skalarprodukts überprüfen. Und zwar, wenn der Skalarprodukt zweier Vektoren 0 ist, dann kann man sagen, dass diese Vektoren aufeinander orthogonal sind. Kleiner Hinweis, dieser gedrehte T zwischen den Vektoren A und B ist das sogenannte Orthogonalitätszeichnen. Für den Fall, dass ihr nicht mehr wisst, wie man diesen Skalarprodukt ausrechnet, keine Sorge, bei den Beispielaufgaben klärt sich das Ganze. Und jetzt zu unserem eigentlichen Thema. Als erstes wollen wir uns alle möglichen Lagebeziehungen anhand von ein paar Planskizzen anschauen. Für den Anfang gibt es einmal diese Möglichkeit. Wie ihr wahrscheinlich problemlos erkennt, handelt sich hier um die Parallelität. Meistens sind Aufgaben und Stellung auch als echt parallel bezeichnet. Dann können natürlich zwei Ebenen übereinander liegen und dann nennt man sie identisch. Oder zwei Ebenen können sich schneiden. Wenn sich zwei Ebenen schneiden, schneiden sich eine sogenannte Schnittgeraden, hier mit rot dargestellt. Und gleich einen kleinen Hinweis an dieser Stelle, wie man diese Schnittgerade ausrechnet, werde ich in diesem Tutorial nicht zeigen. Wenn ihr Bedarf für den Unterricht habt, entweder oben rechts unter den I-Punkt oder am Ende im Abspann dieses Videos, findet ihr auch ein passendes Tutorial dafür. Übrigens, das sind die drei grundlegenden Lagebeziehungen. Allerdings, beim letzten Fall, wenn sie sie schneiden, gibt es noch einen Sonderfall, der sehr häufig abgefragt wird. Und zwar, natürlich, wenn sie sich orthogonal oder senkrecht schneiden. Und das werden wir uns dann auch bei den Beispielaufgaben anschauen. Bevor wir allerdings zu den Beispielaufgaben gehen, sollten wir diese drei Lagebeziehungen richtig erkennen und interpretieren. Und dafür werden wir diese drei kurzen Grundlagen brauchen, die wir am Anfang besprochen haben. Also, in erster Reihe wollen wir erkennen, ob zwei Ebenen parallel oder identisch sind. Und das sieht dann so und so aus. In diesem Fall sollte man sich immer an die Normalvektoren der Ebenen orientieren. Zum Beispiel beim ersten Fall, wenn ich die Normalvektoren andeute, werden sie ungefähr so aussehen. Und beim zweiten Fall so. In beiden Fällen, und ich hoffe, ihr könnt das jetzt leicht erkennen, sind diese Normalvektoren vielfacher voneinander oder sogar identisch. Aber auch wenn sie gleich sind oder identisch Normalvektoren, sind sie trotzdem vielfacher. Also, schlussfolgern können wir sagen, wenn wir in der Lage sind zu erkennen, dass die Normalvektoren vielfacher oder auch kollinear sind, dann können wir mit Sicherheit sagen, dass die Ebenen entweder parallel oder identisch sind. Und unser dritter Fall, wo sie sie schneiden, ist genauso einfach zu erkennen. Also, stellen wir uns auch hier zwei Ebenen vor, samt ihren Normalvektoren. Und ich hoffe, ihr könnt schon anhand der Lage die Normalvektoren erkennen. In diesem Fall sind sie keine Vielfacher. Also, wenn die Normalvektoren keine Vielfacher sind, dann schneiden sich die Ebenen automatisch. Und bei unserem Sonderfall, und zwar wenn sich die zwei Ebenen orthogonal schneiden, da wird es minimal interessanter. Versuchen wir uns auch das hier vorzustellen. Also, das sind die Ebenen. Und wenn wir jetzt die Normalvektoren andeuten, sollte euch auffallen, dass die Normalvektoren in diesem Fall aufeinander ebenfalls orthogonal sein müssen. Und das überprüft man mit Hilfe dieses Skalarprodukts. Und zwar, das Skalarprodukt muss 0 sein. Und jetzt wisst ihr theoretisch, was zu tun wäre. Natürlich wollen wir das Ganze auch jetzt umsetzen. Hier ist unsere erste Beispielaufgabe. Ja, sehr unerwartete Fragestellung. Und zwar überprüfe die gegenseitige Lage der beiden Ebenen. Und genau das werden wir jetzt auch machen. Wie bereits besprochen, müssen wir als erstes überprüfen, ob die Normalvektoren Vielfache sind. Und um das zu machen, schreiben wir erstmal die Normalvektoren natürlich raus. Also, von der Ebene E den Normalvektor bezeichne ich jetzt als N1. Und er hat die Koordinaten 2, 4 und minus 6. Und von der zweiten Ebene haben wir Normalvektor N2 mit den Koordinaten minus 1, minus 2 und 3. So, wenn ihr diese Vektoren genauer anschaut, solltet ihr eigentlich erkennen, dass wenn man den zweiten Vektor N2 mal minus 2 nimmt, genau der erste Vektor rauskommt. Also ja, es sind Vielfache. Aber nicht immer ist es so gut erkennbar, dass sie Vielfache sind. Deshalb müsst ihr in der Lage sein, das auch rechnerisch zu überprüfen. Das macht man durch eine sehr einfache Rechnung. Für gewöhnlich setzt man auf der linken Seite den Vektor mit den kleineren Zahlen. Also minus 1, 2 und 3. Dann mal irgendein Vielfachheitsfaktor oder ein Parameter. Ich nehme jetzt einfach mal ein k. Soll den zweiten Vektor ergeben. Und das ist dann 2, 4 und minus 6. Dann könnt ihr das Ganze in drei Gleichungen zerlegen, so zeilenweise. Dann haben wir minus 1 mal k. Also minus k soll 2 sein. Dann die zweite Zeile. Minus 2 k soll 4 sein. Und die dritte Zeile wäre dann 3k ist gleich minus 6. Und jede dieser drei Zeilen formt ihr entsprechend nach k um. Also zum Beispiel in der ersten Zeile. Wenn wir mal oder geteilt durch minus 1 nehmen, folgt daraus, dass k minus 2 ist. Bei der zweiten Zeile 4 geteilt durch minus 2 sind ebenfalls minus 2. Und bei der dritten Zeile minus 6 geteilt durch 3 sind auch minus 2. Jetzt habt ihr auch einen rechnerischen Beweis, dass diese Vektoren vielfacher sind. Und jetzt könnt ihr mit Sicherheit sagen, dass sie entweder parallel, beziehungsweise echt parallel oder identisch sind. Jetzt müssen wir natürlich noch zwischen dieser zwei Fälle unterscheiden. Und deshalb kommt noch ein letzter Schritt. Und zwar, das hört sich erstmal kompliziert an, ist aber eine sehr einfache Geschichte. Man muss die Ebenengleichung so multiplizieren oder teilen, dass die Normalvektoren gleich sind. Kurz gesagt, dass sie hier auf der linken Seite gleiche Zahlen haben. Dann könnt ihr sie direkt vergleichen und sehen, ob sie identisch oder echt parallel sind. Gut, ich werde mich jetzt entscheiden, die zweite Gleichung zu verändern. Und zwar, wenn wir das Ganze mal minus 2 nehmen, dann wissen wir, kriegen wir den gleichen Normalvektor wie bei der ersten Ebene raus. Deshalb schreibe ich jetzt nochmal kurz die Ebene F hin. Also minus x1, minus 2x2, plus 3x3, ist gleich minus 2. Und das Ganze nehmen wir mal minus 2. Entsprechend wird dann die Ebene F wie folgt auch sehen. 2x1, plus 4x2, minus 6x3, ist gleich 4. Und spätestens jetzt, wenn ihr diese Ebene mit der Ebene E hier oben vergleicht, merkt ihr, die sind komplett identisch. Nicht nur die linke Seite ist gleich, sondern auch auf der rechten Seite steht die gleiche Zahl. Also, dann sind sie identisch. Und damit ist die Lagebeziehung schon entschieden. Bei der zweiten Beispielaufgabe, damit wir ein bisschen Zeit sparen, habe ich zwei sehr ähnliche Ebenen, also sehr ähnlich zu der ersten Teilaufgabe, gefehlt. Wenn ihr sie vergleicht, dann merkt ihr, okay, auf der linken Seite steht sowieso das Gleiche, nur auf der rechten Seite sehen wir einen kleinen Unterschied. Wenn die Normalvektoren identisch sind mit den Normalvektoren der Teilaufgabe A, dann können wir auch hier mit gutem Gewissen sagen, dass sie vielfacher sind. Die Überprüfung habt ihr links. Und wenn ihr jetzt am Ende die gleiche Taktik anwendet wie auf der linken Seite, also die Ebene F durchmultipliziert, ich habe sie schon abgebildet, und werde sie ebenfalls mit minus 2 multiplizieren. Dann werden wir entsprechend dann 2x1 plus 4x2 minus 6x3 ist gleich und diesmal steht da minus 10. Also, ihr könnt jetzt erkennen, links sind die Ebenen identisch, also die Ebene E und diese Ebene F hier. Allerdings auf der rechten Seite steht hier eine minus 10 und oben steht eine 4. Das bedeutet, die sind nicht identisch, sondern echt parallel. Für unsere letzte Beispielaufgabe habe ich natürlich diese zwei Ebenen hier ausgewählt. Und auch hier werden wir auf die gleiche Weise anfangen, und zwar wir schauen, ob oder überprüfen, ob die Normalvektoren vielfacher voneinander sind. Deshalb schreibe ich sie kurz raus, also für die Ebene E lautet der Normalvektor 2, 1, minus 6. Und für die Ebene F N2 wäre dann minus 1, 2 und 0. Tja, die meisten von euch werden schon auf Anhieber kennen, dass sie keine Vielfache sind. Also, damit habt ihr eigentlich schon den Beweis, dass sie sich schneiden. Wie gesagt, ihr könntet das auch rechnerlich zeigen. Mache ich nochmal auf die Schnelle hier, damit dieser Lösungsweg auch, oder der Beweis auch vollständig ist. Also, den ersten Vektor mal irgendein Vielfaltheitsfaktor k nehmen, und dann muss der zweite ergeben. Das heißt, wir zerlegen wieder 2k ist einmal minus 1, dann 1k oder k ist 2 und minus 6k ist dann 0. Wenn wir aus jeder Zeile wieder einen passenden Wert für k Bestimmung wollen, dann kriegen wir bei der ersten Zeile minus 1,5 raus. Bei der zweiten haben wir bereits k gleich 2 und bei der letzten Zeile wäre k 0. Also, alle drei Vektoren sind verschieden. Deshalb ist das der Beweis, dass diese Vektoren keine Vielfache voneinander sind. Also, es müssen alle drei gleich sein, damit das zutrifft. Jetzt wissen wir bereits, dass sich diese zwei Ebenen schneiden. Und wir wollen auch natürlich dann überprüfen, ob sie sich eventuell orthogonal schneiden. Wir haben gesagt, wenn sie sich orthogonal schneiden, dann sind auch die Normalvektoren aufeinander orthogonal. Das bedeutet, deren Skalarprodukt muss 0 sein. Man kann das Ganze auch so ansatzweise hinschreiben. N1 mal N2 soll 0 ergeben. Naja, prüfen wir, ob das möglich ist. Also, N1 war 2,1 minus 6 mal minus 1,2 und 0 ist gleich. Also, jede mit jeder Koordinate wird multipliziert und das Ganze am Ende zusammengezählt. Das bedeutet, wir haben dann 2 mal minus 1 plus 1 mal 2 und plus minus 6 mal 0. Und tatsächlich, wenn wir alle diese Zahlen zusammenfassen, kommt wirklich 0 raus. Das bedeutet, wir haben jetzt den Beweis, die zwei Ebenen sind aufeinander orthogonal. Wenn übrigens am Ende eine Zahl verschieden von 0 rauskommt, wisst ihr dann automatisch, dass sich die Ebenen nur in eine beliebige Lage schneiden. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Wenn ihr natürlich im Leistungsfach Mathematik unterwegs seid, interessiert euch unbedingt die Schnittgerade der beiden Ebenen. Dann eventuell noch die gegenseitige Lage von 3 Ebenen. Oder die gegenseitige Lage von Geraden und Ebenen. Wenn Bedarf, Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht, ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kosten nichts.